Guten Tag liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Serie Eisenbahnromantik. Es ist heute eine besondere Sendung. Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer, feiert Geburtstag. Freie Fahrt für den Dauerbrenner. Eisenbahnromantik wird 25. Und hat schon viel erlebt. Spektakuläres. Skurriles. Historisches. Eisenbahnromantik. Immer geradeaus. Immer in der Spur. Läuft gut. Seit 25 Jahren. Im SWR Fernsehen. Einen WTB-3. –M tro Bart. Die WTB-2. Vielen Dank.